Willkommen liebe Freunde hier ist Mr124 nochmal jetzt spielen wir Magic Ball 4 sind zuletzt stehen geblieben bei Level 64 das heißt heute geht's ab Level 65 weiter. Ach was haben wir für ein Bildschirm? Alles klar. Haben wir irgendwas eingestellt? Ne haben wir nicht. Aber gut. Lange haben wir kein Magic Ball 4 mehr gespielt darauf habe ich mir gedacht ach wurde heute wo es wird es mal wieder Zeit. Jetzt machen wir auch die nächsten Tage jetzt so. Geht ja schon wieder gut los. Und wir kriegen noch mehr Laser. Jetzt ziehen wir Handgranaten vom Himmel. Die machen Bam 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 und nochmal Bam. Ziemals. Nee ging nicht. So. Paddel verlängern. Ja die Kanone bringt auch nicht wirklich was. rein die Kanone haben wir noch so jetzt haben wir noch den Powerball und das Level ist zu Ende das geht schon mal schnell innerhalb von einer Minute 40 ist das Level durch Level 60 jetzt müssen wir erstmal da hin durch schön sauber das war eine Rakete Silvester wird ja in diesem Jahr ganz anders nicht wirklich Silvestermächtig sehr schade aber wir müssen es so nehmen ja Hindernisse Diamant wenn gesteuerte Raketen ja ja das war natürlich schwierig aber die zwei Diamanten die habe ich noch gefunden beziehungsweise gesammelt aber das war jetzt schwierig da noch irgendwie den Ball zu kriegen wegen den wenigen Hindernissen da haben wir wieder so Kanonen kann ich irgendwie eine Waffe haben damit ich das hier nicht sehen muss mach mich ein bisschen ja danke äh ja danke jetzt ist er weg ich helfe mir ein bisschen auf 20 Sekunden dann haben wir 2 Minuten erreicht jetzt haben wir den Multiball jetzt ah jo ich bin müde ich werde aber gleich noch schön noch mit Darts gucken Michael van der Gerwen spielt heute noch da will ich natürlich noch wach sein und fit deswegen nehme ich die Videos jetzt auf statt so ich bin so 23 Uhr ich werde schon mal sagen was kommen morgen für Videos natürlich wieder das Losticket Video ach zwei Kometen in Folge morgen kommt nochmal Minecraft Christmas Magic Ball 4 Pflanzen gegen Zombies und ein kleines Darts Video danke oh dritter Komet Roms der muss gar nicht mehr zum Einsatz kommen Level 67 gucken wir mal wie weit es noch geht wie viel Level wir hier noch machen können ja oh ja noch mehr Powerball nochmal Diamant nochmal Diamant vier Diamanten überhaupt nachdem wir Magic Ball 4 ja einmal durchgespielt haben werde ich ja habe ich ja mal so gedacht könnte ich mir so ein Statistik so ein Statistik Video machen was wir alles da gemacht haben also wie viel wir was gesammelt haben wie viele Leben wir verloren haben wie viele Punkte hier gesamt erzählt haben wir haben natürlich nicht das Spiel so beendet also mit allen Leben die wir verloren haben sondern immer einfach so aufgehört aber dann mache ich einfach so wie viele Punkte haben wir in den Levels abgeräumt müsste eine Millionzahl rauskommen und was war das schnellste Level also für das wir am wenigsten Zeit benötigt haben was war das niedrigste Level wie oft haben wir zehn Diamanten zusammengekriegt dann müsste ich die ganzen Videos durchgucken aber das ist kein Problem 68 dann machen wir bis 70 anschließend Level 70 morgen können wir auch nochmal Magic Ball machen wo wir dann die dritte Welt zu Ende spielen es gibt ja natürlich noch eine vierte ein bisschen zumachen das ist 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 2 Diamanten Zack Nochmals 2 Diamanten Zack und Zack Geschenk Komet Bzw. Meteor So Kanonen haben wir auch noch da Jetzt haben wir noch ein paar kleine Dinge Ja, das ist noch nicht genug Doch, jetzt ist es genug Aber die 2 Minuten haben wir überschritten Jo Nummer 68 erfolgreich Nummer 69 steht an Vorletzte Level, was wir heute spielen Und schon tobt der Ball Ich nehme ungern einen besoffenen Ball Lieber Nicht, der Ball Soll nüchtern bleiben Boah Ah, da komme ich nicht ran Habt ihr gesehen? Zack, 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 zack Durch die Bäume Durchgelaufen Den Laser Strahl Ja, ihr könnt schon kichern Aber jetzt nicht mehr Jetzt haben wir den Multiball Und einer geht schon flöten Adieu Und der nächste geht auch flöten Das heißt, Multiball ist wieder zu einem Einfachen Ball Aber der wird zum Power Aber der wird zum Powerball Und ich habe mit dieser Waffe Alle Menschen erledigt Und schon ist es hier still Passiert gerade nichts Nichts wirklich, Thomas Jetzt macht der Ball gerade nur Irgendwas Ja Jemand noch Jemand noch Medaille Level 70 Durch mal die Stimme an Während ich dann Das letzte Dartspiel heute Michael Van Gegen Wayne Murray Angucke Lade ich die Videos Hoch Noch läuft gerade eine andere Partie Deswegen kann ich dann auch erstmal entspannt sein Ich denke am Montag oder Dienstag spätestens Haben wir 400 Videos erreicht Noch vor Weihnachten Dann kommen während Weihnachten noch Ein Haufen Ein Haufen Weise Videos Nach Weihnachten Das mache ich aber nur Nach Weihnachten Weil ich denke So vor Silvester Ist das echt eine gute Zeit Da versuche ich nochmal Bockwurm Wortmeister Nochmal Rekorde zu brechen Das will ich jetzt endlich mal machen Weil ich habe das einmal vor Silvester 2017 geschafft Diese 226.000 Punkte Die ihr ab und zu mal gesehen habt Mit den 99 Wörtern Ab da bin ich dann rausgeflogen So ich erzähle die Story noch kurz zu Ende Da bin ich dann rausgeflogen Und ja das war bislang mein Rekord von vor 3 Jahren Und das will ich Ab den 27. Dezember Probiere ich dann jeden Tag Bis zum 31. Dezember Am 31. mache ich ja was anderes Probiere ich dann immer Rekorde zu brechen Mal gucken ob mir das gelingt So schauen uns mal das nächste Level an Wir machen aber morgen damit weiter Und ich sage Tschüss Und auf Wiedersehen Das war's für heute Euer Mr.1234 Das war's für heute Bis zum 30. Dezember